oder besser gesagt artige mädchen haben bei mir nichts verloren wenn du eine von denen bist dann gebe ich dir großzügig die möglichkeit bambule mit mir zu machen so wie du das willst jeder nach seiner fassung für sich der große unter einer bedingung dass du bevor du mich hält ist ein paar fragen beantwortet ja hier aufgeschrieben muss ich noch irgendwie fixieren damit die art den mädchen es gibt nur artige mädchen und artige jungs wenn dir jemand was anderes gesagt hast das leben nicht begriffen und genau dafür gewickt ihr die chance und den anderen erst recht euer mario